BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt, herzlich willkommen. Uns schickt der Himmel. Eine bundesweite Aktion, organisiert vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Im Mai versuchen 1000 Jugendgruppen in 72 Stunden die Welt ein bisschen besser zu machen. Der Koordinierungskreis des Dekanats Reutlingen-Zwiefalten hat zur Pressekonferenz ins Restaurant Rose von Schirmherr und Spitzenkuch Simon Tress geladen. Glaube in Aktion. Das ist die Idee hinter dem Projekt 72 Stunden. Es begann als Projekt vereinzelter Diözesen im Land. Im Jahr 2013 startete 72 Stunden dann das erste Mal bundesweit. Im kommenden Monat geht es wieder los. Dann werden rund 10.000 Kinder und junge Erwachsene gemeinnützige Projekte im Wettlauf mit der Uhr umsetzen. Spitzenkocher und Restaurantbetreiber Simon Tress ist ein Unterstützer der ersten Stunde. Ich durfte vor sechs Jahren schon mal Schirmherr sein von dieser wunderbaren Aktion. Da hat mich damals schon extrem fasziniert, was junge Menschen in unserem heutigen Zeitalter, wo sich alles medial dreht und das Rad immer schneller dreht und die manchmal nicht mehr wissen, wo wir gestern waren, sich die Zeit nehmen für 72 Stunden, sich wirklich zu fokussieren. Im Ambiente seines Restaurants erklärte der Spitzenkoch, was ihn bei dieser Aktion besonders begeistert. Außerdem zeigte er sich beeindruckt vom Teamgeist der jungen Menschen. Da geht es nicht um Mann, Frau, um Religion, um Herkunft, sondern es geht darum, dass alle gemeinsam für ein Projekt einstehen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich natürlich gesagt habe, das möchte ich wieder unterstützen. Als Schirmherr bin ich natürlich motivierend unterwegs, weil das mache ich auch hier in meiner Küche. Was in der Küche klappt, klappt auch bei den gemeinnützigen Projekten. Da ist sich der Koch sicher. Julia Rentschler ist Dekanatsreferentin im Dekanat Reutlingen-Zwiefalten. Für sie sind nicht die einzelnen Aktionen wichtig, sondern das, was dadurch entsteht. Es geht eben nicht nur um dieses irgendwie, ich baue was für eine bestimmte Personengruppe, sondern auch mit diesen Personen in Kontakt zu kommen, die auch ein bisschen ins Rampenlicht zu rücken, weil die eben oft in der Gesellschaft vergessen werden oder auch verdrängt werden. Am 23. Mai starten die zahlreichen Aktionen. Beispielsweise mit fairen Frühstücken, Handysammelaktionen oder Kleidertauschbörsen wollen die jungen Menschen die Welt ein Stückchen besser machen. Ein tödlicher Zusammenstoß zwischen einem 78-jährigen E-Bike-Fahrer und einem PKW hat sich gestern bei Rangendingen im Zollernalpkreis ereignet. Der Radler hatte das vorfahrtsberechtigte Auto offenbar übersehen. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat einen Unfallsachverständigen mit der Rekonstruktion des Unfalls betraut. Zeugen, die gegen 13.20 Uhr auf der Kreisstraße von Bietenhausen nach Rangendingen auf Höhe der Abbiegung von Höfendorf etwas gesehen haben, mögen sich bitte bei der Polizei unter der eingeblendeten Nummer melden. Tübingens grüner Oberbürgermeister Boris Palmer, hier Archivbilder, hat es mal wieder deutschlandweit in die Medien geschafft. Hintergrund des aktuellen Shitstorms, Palmers jüngste Kritik an der Werbung der Deutschen Bahn. Er sieht sich als Mitbürger ohne Migrationshintergrund in den Bildern unterrepräsentiert und aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Rassismus andersherum, titelt er auf seiner Facebook-Seite. Neben der Deutschen Bahn selbst und einigen Parteigenossen haben sich jetzt auch die Werbeträger Nelson Müller und Nico Rosberg zu Wort gemeldet. Sie zeigten sich bestürzt über die Äußerungen des grünen Politikers. Palmer hat Nelson Müller jetzt zu einem Gespräch von Schwabe zu Schwabe eingeladen. Auch die ersten Verbesserungsvorschläge gibt es bereits. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen. Und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020